Was ist das denn, das klingt hier rum? Und... Die meinten gleich, oh Gott, Junge, du kannst ja nicht mit dem BMW nach Polen fahren. Doch, mir ist was geklaut worden. Meine Lederjacke im Club. Aber da hatte ich halt auch ein bisschen mehr getrunken. Ich war in der Stadt Alberta. Der Schmiegelsdivus, Schmiegelsdivus, Schmiegelsdivus. Was ist praktisch deine Schlussfolgerung, was da ist heiß? Verstehst du die Frage? Nein. Richtig schick gemacht. Aber das ist natürlich ein anderes Tor. Oh ja, das funktioniert ja mal. Das war ein bisschen verrückt, würde ich sagen.